Hallo und herzlich willkommen zum NZ-Nachrichten-Kanal. Wir bringen jeden Tag viele Informationen für Ihren Alltag. Und da Sie schon hier sind? Bitte hinterlassen Sie ein Like und aktivieren Sie die Benachrichtigungen. Konflikt in der Ukraine Angriffe auf die Krim, neue hochmoderne Rakete im Einsatz. Die Ukraine beabsichtigt, ihre Offensive im Süden zu beschleunigen. Es wird berichtet, dass bei den Angriffen auf die Krim Dutzende von Menschen ums Leben gekommen sind. Hier sind die aktuellen Entwicklungen. Aktualisierung vom 26. August, 22 Uhr Gemäß eigenen Angaben hat die Ukraine in dieser Woche eine völlig neue hochmoderne Rakete eingesetzt. Diese führte zu der Zerstörung eines russischen S-400 Luftverteidigungssystems auf der Krim. Die Rakete, hergestellt in der Ukraine, wurde von Olexei Danilov, dem Sekretär des Nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung, im ukrainischen Radio als einwandfrei funktionierend bezeichnet. Aktualisierung vom 26. August, 20 Uhr und 15 Minuten Die russischen Angriffe im Konflikt in der Ukraine halten weiterhin an. Der ukrainische Generalstab meldet bis 18 Uhr Ortszeit drei Raketenangriffe, 34 Luftangriffe und 34 Angriffe mit Raketenwerfern auf ukrainische Stellungen und Siedlungen. Gleichzeitig setzt die ukrainische Offensivoperation in Richtung Militopol fort, wobei sich die Armee entlang der eroberten Linien verschanzt. Aktualisierung vom 26. August, 18 Uhr und 20 Minuten Trotz der von Russland angekündigten Beendigung des Getreideabkommens mit der Ukraine hat ein Frachter mit Schüttgutladung den Hafen von Odessa verlassen. Laut Angaben des Schiffsverfolgungsdienstes Marine Traffic legte Dietprimus am Samstagmorgen in Odessa ab und ist auf dem Weg nach Varna, Bulgarien. Dies ist bereits der zweite Frachter, der trotz der von Russland erneut verhängten Seeblockade ukrainische Häfen in Odessa verlässt. Helfen Sie uns, indem Sie unsere Inhalte teilen. Video jede Woche so auf dem Kanal. Danke und bis zum nächsten Video.